Worauf müssen Immobilienverkäufer bei den Besichtigungsterminen achten? Kaum ein Eigentümer hat Lust auf eine Massenbesichtigung. Wer weiß schon, wer da durch die eigenen vier Wände geht? Sind es vielleicht Besichtigungstouristen oder sogar Schlimmeres? Bei Massenbesichtigungen fällt es schwer, den Überblick über alle zu behalten. Außerdem stellen viele Interessenten oft kritische Fragen. Unvorbereiteten Eigentümern fallen die richtigen Antwort darauf schwer. Interessenten nutzen diese Unsicherheiten oft, um den Preis zu drücken. Wird zudem die Immobilie nicht optimal präsentiert, verlieren Interessenten schnell das Interesse oder sie nutzen auch dies wieder, um beim Kaufpreis etwas für sich herauszuholen. Profimakler filtern vor der Besichtigung gezielt heraus, wer ein wirklicher Interessent ist. Sie kümmern sich um die Termine und führen die Interessenten durch die Immobilie. Durch ihre langjährige Erfahrung sind sie auf kritische Fragen stets vorbereitet und wissen genau, wie sie mit Mängeln umgehen müssen. Dadurch werden die Interessenten mit allen Informationen versorgt, die sie für ihre Entscheidung benötigen. Suchen Sie jemanden, der Sie bei der Vorbereitung und Durchführung von Immobilien unterstützt. Kontaktieren Sie uns. Wir übernehmen das für Sie. 3. 6. 7.